Diese Sendung wird Ihnen präsentiert vom Familienbetrieb Hotel-Restaurant Laschenskyhof in Wals bei Salzburg. www.laschenskyhof.at Wals-Sitzenheim ist bekannt als das größte Dorf Österreichs. Kaumwo gibt es einen so starken Kontrast zwischen wirtschaftlichem Aufschwung und jahrhundertealter bäuerlicher Tradition. Schon für die Versorgung des Fürsterzbistums waren die Felder nördlich des Untersbergs von größter Bedeutung. Es war die Gemüsekammer der Stadt Salzburg. Doch ausgerechnet hier sollte sich im Jahr 1800 das Schicksal des Fürsterzbistums offenbaren. In der vergessenen Schlacht am Walserfeld kämpften französische und österreichische Truppen auf neutralem Salzburger Boden und veränderten den Verlauf der Geschichte. Spuren dieser erbittlichen Schlacht findet man noch heute vergraben in den Feldern der Gemeinde und in den Schränken begeisterter Sammler. Mitte des 20. Jahrhunderts folgte ein bisher ungebremster wirtschaftlicher Aufschwung in Wals-Sitzenheim. Über 13.000 Einwohner leben heute in 15 Ortsteilen. Die Gründung der Doppelgemeinde war kontrovers und noch heute fehlt hier ein echtes Zentrum. Doch was hält es zusammen, das größte Dorf Österreichs? Die Gründung der Doppelgemeinde war kontrovers und noch heute in den Schicksal des Schicksal des Schicksals. Die Apperschnalzer schwingen ihre Gorseln. Dieses Brauchtum soll dafür sorgen, dass der Schnee auf den Feldern schmilzt und das Gemüse wieder gedeihen kann. Der fruchtbare Boden spielt seit jeher eine gewichtige Rolle in der Geschichte von Wals-Sitzenheim. Der lange Weg zum größten Dorf Österreichs beginnt wohl schon in der späten Jungsteinzeit. Siedlungsstellen aus dieser Zeit konnten östlich von Schloss Klessheim nachgewiesen werden. Eine bedeutende Rolle spielten aber die Römer. Eine Vielzahl römischer Artefakte weisen auf eine Prägung durch die römische Kultur hin. In der Bachschmiede zeugen Funde wie dieser Teil eines römischen Schwertes von dieser Epoche. Ich glaube, dass die römische Epoche Wals besonders stark geprägt hat. Zum einen, wir haben schon die Stadt Salzburg angesprochen, die als Stadt entsteht und damit im Grunde auch die Grundlage gelegt hat für das spätere Erzbistum. Zum anderen war der Walserraum eben in römischer Zeit durch ein großes Landgut und mehrere kleinere Landgüter besiedelt. Und es führte eine wichtige römische Straßenverbindung, nämlich die Verbindung Richtung Reichenhall quer durch das Walserfeld. Wenn wir von den Römern sprechen, kann man ja nicht sagen, dass hier lauter Italiker saßen oder Bevölkerungsteile aus Italien. Es gab Zugwachs aus dem italischen Kernraum. Aber es lebte hier natürlich auch eine einheimische Bevölkerung, die einfach die römische Kultur angenommen hat und als die ihre betrachtet hat. Eben Wals ist so ein sprechender Name, denn er weist auf die Walschen, auf die Welschen, auf die lateinisch sprechende Bevölkerung hin. Sitzenheim hingegen dürfte mit dem Namen Heim in Ham, das sind also Hinweise auf germanische Siedlerschaften, dürfte eben von der baiowarischen Bevölkerung besiedelt worden sein. Das heißt, wir haben hier im Walserfeld das Spannungsfeld alte und neue Bevölkerung, die zusammen etwas aufbauen. Der bedeutendste Fund ist die römische Palastvilla Leug. Diese gigantische Anlage römischer Architektur befand sich 200 Meter südlich vom heutigen Designer-Outlet. Ausgestattet mit Bädern, Fußbodenheizung und aufwendigen Mosaik-Ornamenten verdeutlicht die Villa Leug auch die Bedeutung dieser Region. Die Privatbäder, wenn wir gerade von der Villa Leug sprechen, da schauen wir natürlich jetzt in das absolute Top-Level der römischen Bevölkerung hier hinein. Das heißt, die glücklichen oberen 10.000, die sich das leisten konnten. Außerdem eine Fußbodenheizung und ein beheiztes Bad sind in einer Zeit, wo Heizungen primär durch Feuermachen entstehen. Das heißt, das müssen viele fleißige Hände machen, die das vorbereiten, die das Feuer in Gang halten. Das ist jetzt nicht der Willenbesitzer, sondern hier sind eben Arbeitskräfte gefragt, unter denen es auch darunter natürlich Sklaven gegeben hat. Das heißt, jene Bevölkerung, die die Bäder angeheizt hat, die die Fußbodenheizung einem Laufen gehalten hat, hatte von all diesen kulturellen Errungenschaften gar nichts. Die Römer verwandelten den Naturraum in einen Kulturraum. Auch hunderte Jahre später ist die Gegend Walsitzenheim für das Fürsterzbistum Salzburg von großer Bedeutung, nämlich als Gemüsekammer. Um die Versorgung sicherzustellen, gab es seit jeher um jede große Stadt intensiven Anbau. Die ebene Fläche und die Beschaffenheit des Bodens im Raum Walsitzenheim war schließlich ausschlaggebend dafür, dass sich hier die Bauern ansiedelten. Bauer Bartholomeus Reischl bewirtschaftet die Felder heute noch. Sein Schneiderbauerhof kann bis ins Jahr 1823 zurückdatiert werden. Auch für ihn ist der Boden seit jeher sein Kapital. Er hat gesagt, das ist vor allem der sondige Hummusboden. Natürlich richtig, weil es ein Berg und Geist, da wird er dann schwerer, der Boden wird er dann ein wenig glättrig oder müßrig. Da ist es zu allem für die Erepfel ein wenig ein Problem, wenn er noch das Jahr ist. Aber letztlich geht sich alles wieder aus, wenn es auch vorbei ist. Erstmals wurde der Anbau in dieser Gegend in einem Übergabevertrag aus dem Jahr 1576 erwähnt. Jener ist bis heute im Archiv des Stift St. Peter in Salzburg einzusehen. Die Bedeutung der landwirtschaftlichen Erträge für die Stadt war groß. Allerdings waren die Erträge und die Mengen nicht mit den heutigen der modernen Landwirtschaft zu vergleichen. Selbiges gilt auch für die Arbeitsweise der Bauernschaft. Als man in den Russen gefahren ist und gerade eine Schuhe ist gerade bearbeitet worden, haben wir hin und her gefahren. Also das sind vielleicht 30, 40 Meter Hexen geworden. Und das eine möchte ich auch dazu sagen, dass der Gemüsebau, also Salat und das Spezialgemüse, das ist in der Umgebung praktisch der Dürfer ist, das gebaut worden. Und dann war er weg, also auf freiem Feld, da war dann, also der Wildschaden war da sehr gefährlich, die Hosen und die Rehe. Und also in der nächsten Nähe der Dürfer, da ist der Intensivgemüsebau betrieben worden. Zu den Marktzeiten mussten die Lebensmittel in die Stadt Salzburg transportiert werden. Das Verkaufen am Markt war Frauensache. Auch der Transport. Mit Körben am Kopf machten sich die Frauen noch bis ins 19. Jahrhundert auf den Weg in die Stadt. Heute erinnert noch ein Brunnen am Dorfplatz in Sitzenheim an diese alte Tradition. Der Brunnen soll sagen, dass früher die Bäuerinnen mit dem Korb am Kopf das nach Salzburg transportiert haben. Und die Gnome drinnen da, die heben die Frau praktisch aus dem Fleiß, muss man sagen. Die tragen die Bäuerinnen praktisch auf Händen. Und der Ursprung ist ja, die Frau tragt nur die Frucht des Leibes, sie tragt auch die Früchte der Erde nach Salzburg. Die Bedeutung der Gemüsekammer Wals-Sitzenheim für die Stadt Salzburg war also hoch. Für die Bauern auf ihren reichen Feldern war das Brot aber dennoch hart verdient. Die Bauern hatten den Zehen zu zahlen und das war alles andere als wenig. Also jetzt wäre jeder Bauer seine Grundjahrschaft, hat eine Trader liefern müssen. Und ein mittlerer Bauer, der hat also bei 200 bis 250 Kilo jetzt schon anliefern müssen an die Grundjahrschaft. Das war Sankt Peters, Stammkapitel oder der Erdbischof, Hofurbau. Und dann aber ist noch der Zählen gekommen, das war 10 Prozent praktisch von Nährenteertrag. Der ist hauptsächlich vom Moserfeld, das Kloster Sankt Peter geliefert worden ist. Und es war das zwei Drittel zählend und das nächste Drittel hat ein Stammkapitel beziehungsweise an das erste haben wir Pforte geliefert werden müssen, als Pfortzählend. Hörige Bauern, abhängige Bauern, Leibeigene gab es natürlich auch im Hochmittelalter, nach dem Mittelalter wird es bei uns seltener. Das heißt, der Bauernstand hatte schon hier auch seine Qualitäten und wenn Sie sich die Walser Bauernhäuser anschauen, das sind nicht die Häuser von Hintersassen, sondern da sieht es schon eine durchaus sehr selbstbewusste, auch in der landwirtschaftlichen Struktur reichere Bevölkerung dar. Die Bauernschaft stand jahrhundertelang unter enormem Druck. Dieser entlud sich beispielsweise im Bauernkrieg 1525. Im Vergleich mit anderen Regionen war die Bauernschaft nördlich des Untersbergs aber eine stolze. Salzburg in der fürsterzbischöflichen Zeit hat durchaus gut gewirtschaftet. Es war nicht umsonst, hat das Land relativ langen Bestand gehabt. Dass es dann mit den Napoleonischen Kriegen politisch obsolet geworden ist und einfach überrollt, ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Und eigentlich erst nach dem Wegfall des fürsterzbischöflichen Hofes beginnt bei uns die große Wirtschaftskrise. Die große Verarmung der 1810er, 1820er Jahre, wo also hier dieser Fokus auch weggefallen ist. Salzburg ist nicht mehr fürsterzbischöfliches Haupt- und Residenzstadtgeschehen, sondern ist eine Provinzstadt am Rand. Dementsprechend ist es auch der ländlichen Struktur und der Umgebung gegangen. Doch dann kam Napoleon und mit ihm das Ende des Fürsterzbistums. Besiegelt auf den Feldern Wall Sitzenheim im Jahre 1800 in einem Krieg, an dem es primär nicht beteiligt war. Napoleon war auf dem Weg, Europa zu erobern. Das Kaisertum Österreich stellte sich ihm in den Weg mit wenig Erfolg. Nach der Niederlage der Österreicher in der Schlacht bei Hohenlinden sollte auf den Walserfeldern, also auf Salzburger Boden, eine neue Verteidigung errichtet werden. Das war im Zuge der Rückzugsgefechte nach der Schlacht von Hohenlinden. Als Ergebnis, an dieser Schlacht hat die österreichische Hauptarmee eine gravierende Niederlage erlitten und befand sich auf den Rückzug zur Landeshauptstadt nach Wien. Daraufhin hat sich Erzherzog Johann entschlossen, nach Salzburg zu kommen, um zwischen Salach und Salzach vom Walserberg bis nach Laufen wieder eine neue Verteidigungslinie aufzubauen und sein Schlachtenglück noch einmal zu probieren. Diese Schlacht wurde, wie damals in Österreich üblich, mit der Lineartaktik gekämpft. Bataillone standen sich gegenüber und warteten auf die passende Gelegenheit für den Angriff. Das heißt, die Truppen, ein Bataillon in der Stärke von 250, in Salzburg waren es auf 250 Meter Breite, marschierte Mann neben Mann in Linie zu drei Gliedern auf. Die Vorderladergewehr, Steinschlossgewehre, mussten umständlich geladen werden, hatten keine Visiereinrichtung, es wurde aber angestrebt, ein sogenanntes Peloton-Massenfeuer gelenkt an den Feind zu bringen. Der Feind ist bis auf ca. 80 Meter heranmarschiert, tat dasselbe, stellte sich in Reihe und Glied auf und dann wurde die Schlacht auf grausame Weise abgearbeitet, bis eine der beiden Seiten sich entschloss, einen Bayonett- und Sturmangriff zu machen. Oder wenn andere Waffengattungen wie die Artillerie oder die Kavallerie eingriff und die eine oder andere Seite ins Wanken brachte, dann wurde meistens angegriffen und dann wurden meistens die Gefechte im Nahkampf ausgeführt. Und das war dann der blutigste Teil. Die Österreicher werden aber mit einer neuen Strategie der Franzosen konfrontiert. Statt einer Lineartaktik war ihre Formation auf einen Durchbruch ausgerichtet. Die Franzosen waren nicht in der Lage, so wie die anderen europäischen Armeen, diese große maschinenartig ablaufende Disziplin zu halten in ihren Kampfverfahren. Und sie wendeten dadurch eine neue Taktik an, die sogenannte Kolonnen-Taktik. Wie stellt man sich das vor? Ganz einfach, die Truppen wurden in Kolonnen aufgestellt mit einer Breite von 20 Mann vorn auf eine Tiefe von 50 Mann. Und damit konnten die Vorne stehenden nur alleine feuern, aber sie konnten nicht abhauen und sie konnten nicht niedergekämpft werden. Und damit erreichten sie eine Art Ramm- und Stoßwirkung. Ein Peloton, eine Kolonne wurde nach der anderen in die dünnen Reihen des Gegners hineingetrieben, bis ein Durchbruch gelang. Und bis das zweite Glied, das im Kampfverfahren meistens 200 Meter dahinter, noch einmal aufgestellt war, nicht mehr in der Lage war, die Verlustkräfte im ersten Glied vorn zu ersetzen. Diese Taktik war schließlich erfolgreich. Das Kaisertum Österreich wurde am 14. Dezember 1800 auf dem Walserfeld geschlagen. Rund 22.000 Soldaten ließen ihr Leben. Gefrorener Boden sorgte dafür, dass die Toten lange nicht beerdigt werden konnten. Es war die größte militärische Handlung, die je auf Salzburger Boden ausgetragen wurde. Die Felderwalls-Sitzenheimsbergen bis zum heutigen Tage noch alte Artefakte dieser Schlacht. Immer wieder werden Munition oder gar Kanonenkugeln gefunden. Genau solche kamen am Dandelhof von Georg Reiter bei Dachstuhlarbeiten zum Vorschein. Die Kanonenkugeln sind durch den Abriss dann oben, wie sie einen Dachstuhl antragen müssen, haben die Führerkämer oben. Die haben nicht gewusst genau, wo da drin sind. Die sind natürlich da eingeschlagen, damals bei der Schlacht am Walserfeld im Haus. Die haben sie auch nicht rausgetan, weil die sind tiefer reingegangen im Raustuck. Und da haben sie es gefunden und seither haben sie es aufbewahrt am Hof. Also die Kanonenkugeln, die drei, also es ist eine französische, eine kleinere, und zwei österreichische. Und die rostig sind, die, was ich da drin habe, die habe ich am Feld gefunden. Also drei Kugeln sind am Haustuck noch drin, dann ist nur die eine, die was am Türklopfen ist. Und da sieht man natürlich, dass das Dorf mitgewaltig in Mitleidenschaft zugezogen worden ist, wenn schon in einem Bauernhaus vier Kanonenkugeln drinstecken. Georg Reiter sammelt sie. Und wer weiß, wie viele Kugeln noch in den Feldern verborgen sind. Sie wird auch die Vergessene Schlacht genannt. Niemand wollte sich an dieses traurige Kapitel der Geschichte so recht erinnern. Kurt Anton Mitterer vom Wehrgeschichtlichen Museum in der Schwarzenbergkaserne hat die Schlacht am Walserfeld als einer der ersten aufgearbeitet. Weil alle daran Beteiligten die Schlacht vergessen oder nicht wahrhaben wollten in ihren Geschichtsbüchern. Den Salzburgern war das natürlich eine wichtige Sache zu unterdrücken und zu vergessen, weil es in ihrer Geschichte das Ende des Fürsterzbistums war, das Ende der Selbstständigkeit. Dann bis 1816 wechselte Besatzungszeiten und die Bevölkerung massiv leiden musste. Es war eine sehr, sehr schlimme Zeit, von der sich Salzburg eigentlich beinahe 60 Jahre nicht erholt hat. Und erst ab 1861 aufwärts, kann man sagen, wo Salzburg dann wieder eine eigene Landesregierung hatte, hat sie sich wirtschaftlich wieder gefangen. Die historischen Landwehrschützen gedenken seit dem Jahr 2000 einmal jährlich der Vergessenen Schlacht am Walserfeld. Sie sorgen dafür, dass die Vergessene Schlacht nicht mehr vergessen wird. Die Napoleonischen Kriege führten schlussendlich zum Ende des Fürsterzbistums. 1816 fällt Salzburg schließlich an Österreich. Ein stummer Zeitzeuge der Schlacht am Walserfeld war womöglich der Walser Birnbaum, ein bedeutendes Symbol der Gemeinde. Die älteste Darstellung des Baumes geht zurück auf das Jahr 1628. Allerdings wurde der Walser Birnbaum mehrmals neu gepflanzt, zuletzt 2015. Er erzieht auch das Ortswappen der Gemeinde Walsitzenheim, dessen eigentliche Geschichte erst 1947 beginnt, mit der Gründung der Doppelgemeinde. Die Geburt von Walsitzenheim ist eine Kontroverse, die bis heute andauert. Viele glauben, es handelt sich um eine Gemeindezusammenlegung, doch das stimmt nicht so ganz. Ja, es wurden keine zwei Gemeinden zusammengelegt. Es war immer nur eine Gemeinde. Nur der Name wurde von Sytzenheim auf Wals-Sitzenheim geändert. Das war's. Das Ortszentrum wurde 1945 von Sytzenheim in den Ortsteil Wals verlegt. Nachdem Taksam und Liefering bereits vor dem Zweiten Weltkrieg in die Stadt Salzburg eingemeindet wurden, war Sytzenheim auf einmal am Rande der Gemeinde. Die dezentrale Lage, so vermutet man, war der Grund für die Verlegung des Gemeindezentrums. Zwei Jahre später, also 1947, wurde aus Sytzenheim Wals-Sitzenheim. Die Gründung der Doppelgemeinde. Der Schmerz bei einigen Sytzenheimern saß tief. Die Sytzenheimer, die waren natürlich schockiert. Was heißt schockiert? Ein Großteil. Es hat einige gegeben, die haben gesagt, es ist richtig so, dass es nach Wals kommt. Ein Großteil war natürlich nicht dafür. Die haben sich natürlich ruhig gehalten damals. Das war 1945, das war ein bisschen andere Zeit. Innerlich war das immer noch da, dass uns die Walser die Gemeinde nach Wals verlegt haben. Sytzenheimer war da keiner erfreut. Aber wir haben uns nicht helfen können, hat auch niemand was gesagt. Es war so, ja, so, so, la, la. Auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges kam den Wals-Sitzenheimern einiges abhanden. Ackerflächen der Bauern. Die Besatzung durch die Amerikaner zog nach sich, dass diese nicht nur die Liegenschaften der österreichischen Armee und des Dritten Reiches übernahmen. Schnell war klar, dass all diese Liegenschaften zu dezentral waren. Die Bündelung erfolgte mit dem Bau der Militärstadt Camp Röder in Wals-Sitzenheim. Die Anbindung an die Autobahn, die ebene Fläche und die Nähe zum Flughafen gaben den Ausschlag zur Errichtung des amerikanischen Camps in Wals-Sitzenheim. Diese Kaserne wurde dann 1951 in Angriff genommen, 15. August begonnen mit dem Spatenstich und bereits am 19. Dezember durch den Erzbischof Rohracher und dem General Irwin eingeweiht. Also es war ein Sonderprojekt, in erster Linie gedacht als Pilotprojekt für die gesamten amerikanischen Streitkräfte. Das hat man hier ausprobiert. Heute finden Sie diese Form auch organisatorisch gesehen, diese Kompanie-Blockform in den amerikanischen Armeen und Stützpunkten von Seoul bis nach Alaska. Der Unmut in der bäuerlichen Bevölkerung durch die Enteignung der Grundstücke war groß. Erst nach Interventionen der lokalen und nationalen Politik wurden Entschädigungszahlungen für beschlagnahmte Grundstücke bezahlt. Ja, zunächst einmal wurde das Gebiet beschlagnahmt und die Besitzer enteignet. Es hat dann einen gewissen Unmut gegeben und der Bundeskanzler Fiegl hat sich dann eingeschaltet, der Landeshauptmann von Salzburg hat sich eingeschaltet und daraufhin haben sich die Amerikaner dann doch erweichen lassen, eine kleine Entschädigung zu zahlen. Die Verhandlungen sind weitergegangen und dann hat es eine annehmbare Entschädigung gegeben. Und damit ist das Grundstück in den Besitz der amerikanischen Besatzungsmacht übergegangen. Nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags wurde Camp Röder am 15. Oktober 1955 an die Bundesgebäudeverwaltung II übergeben. Tags zuvor verließen die letzten 768 Soldaten die Kaserne. Diese wurden großteils nach Italien und Deutschland verlegt. Am 6. Dezember 1955 wird das Camp schließlich in Schwarzenbergkaserne umbenannt. Nur fünf Jahre später sollte der wirtschaftliche Aufschwung der Gemeinde Walsitzenheim beginnen. Als erster Industriebetrieb siedelte sich das aus Lungöts stammende Sägewerk Keindl Holzindustrie im Gemeindegebiet von Walsitzenheim an. Der Start der Spanplattenfertigung. Der Weg von Salzburgs Gemüsekammer hin zu einer industrialisierten Gemeinde war geebnet. Was zunächst wie eine Erfolgsgeschichte aussieht, hat auf den zweiten Blick auch dunkle Flecken, wie sich Altbürgermeister Ludwig Bieringer erinnert. Der Bau des Airport Centers im Jahr 1992 und das Stadion Walsitzenheim im Jahr 2001 stießen in der Bevölkerung auf Widerstand. Bei zwei Ansiedlungen hat es erhebliche Schwierigkeiten gegeben. Hier beim damaligen Airport Center, beim heutigen Outlet Center, da war nicht alles fair. Da wurden meine Kinder im Schulbus bedroht. Das hat nach sich gezogen, dass meine Kinder nicht mehr mit dem Schulbus in die Schule, ins Gymnasium, in die Stadt gebracht wurden, sondern täglich von meiner Frau reingefahren wurden. Das war eine unschöne Zeit, aber ich habe es durchgehalten, gemeinsam mit meiner Familie. Das war mir das Wichtigste und jetzt ist jeder froh darüber, dass das hier steht. Parallel zur Ansiedelung vieler Betriebe wuchs auch die Bevölkerung rapide. Das Walser Dorffest im Jahr 2019 belegte das eindrucksvoll. Als Ludwig Bieringer 1982 sein Amt als Bürgermeister übernahm, hatte die Gemeinde 7.000 Bürger. Zum Ende seiner Amtszeit, nach 31 Jahren, hatte sich die Anzahl der Einwohner fast verdoppelt. Mit rund 13.000 Einwohnern ist Walsitzenheim nicht nur eine der reichsten Gemeinden von Österreich, sondern auch das größte Dorf. Dass man trotz der Gemeindegröße bis heute am Status Dorf festhält, hat mehrere Gründe. Wir leben mit einem ganz gut und wir leben das auch wirklich, dass wir das größte Dorf Österreich sind. Marktgemeinde war eigentlich nie das Thema, weil wir jetzt da in dem Sinne direkt einen Markt haben. Statt einen Markt haben wir unsere Abhofer-Markter an sehr verschiedenen Plätzen aufteilt über das ganze Gemeindegebiet. Und als Stadt würde sich, glaube ich, so eine Top-Benam sowieso schon nicht eignen, weil wo ist dann die Stadt daheim? Der Stadtplatz muss an einem still sein und dann um eine Stadt, um ein zu tun, gibt es dann vielleicht noch ein paar so Vorortschaften. Wir sind 15 Ortschaften und wir sind Walsitzenheim, wir bleiben das Dorf. Noch heute hat Walsitzenheim eine zusammengewürfelte Struktur und keinen echten Ortskern. 15 Ortsteile miteinander zu verbinden, ist eine gesellschaftspolitische Herausforderung. Ich würde einmal sagen, in jeder Ortschaft gibt es ein bisschen einen eigenen Charakter, das ist hundertprozentig sicher. Es gibt nicht immer sonst eine Stockhalle in Wals-Grönau und auch eine in Sitzenheim. Es gibt nicht immer sonst einen Fußballplatz in Grönau und in Sitzenheim. Wir haben Zeugstätten in Wals, in Sitzenheim und in Viehausen. Das sind auch gewachsene Strukturen. Schnalzergruppen haben wir in fünf Ortsteilen. In Gals sind sie bekannt, da sind die stärksten Jager, das behaupten aber die Sitzenheimer auch. Zusammenhalten, das funktioniert schon auch ganz gut und speziell auch, glaube ich mal, eine ganz wichtige Sache sind da die Vereine. Das lebendige Vereinsleben, bestehend aus nahezu 50 Vereinen, ist der Kitt zwischen den 15 verschiedenen Ortsteilen. Leisten kann sich die Gemeinde das ja zum Glück, weil Sitzenheim zählt zu den reichsten Dörfern Österreichs. Dieser Reichtum steht auf mehreren Säulen. Zum einen ist da der ertragreiche Boden, der seit jeher als Kapital zu bezeichnen ist. Zum anderen kann die Gemeinde über 300 Wohnungen ihr Eigentum nennen, ist schuldenfrei und hat 10 Millionen Euro Rücklagen. Auch Kommunalsteuern von jährlich 15 Millionen Euro wirken sich günstig auf die Gemeindekasse aus. Das macht es halt einfach für uns ganz gut, die Gemeinde zu verwalten. Unsere Kindergärten, höre ich halt immer wieder, sind besser ausgestattet wie so manche. Unsere Schulen, die sehen dann unsere Schüler erst, wenn sie dann in die höherbildenden Schulen in die Stadt Salzburg kommen. Oder woanders hin, da ist da nicht alles da, was bei uns alles gegeben wird. Also wir schauen, dass wir so gut wie möglich die Wünsche, die an uns herangetragen werden, dass wir sie auch erfüllen können. Heute ist Wals-Sitzenheim eine florierende Wirtschaftsgemeinde. Und dennoch, die Flachgauer haben sich ihre Bedeutung als Gemüsekammer von Salzburg bewahrt. Und darum gehen auch die Appaschnalzer zu Jahresbeginn auch wieder aufs Feld, um den fruchtbaren Boden vom Schnee zu befreien. Denn der Boden von Wals-Sitzenheim wird auf ewig das Kapital bleiben. So ist das bäuerliche und das wirtschaftliche wie in kaum einer Gemeinde miteinander verflochten. Zwistigkeiten gibt es freilich immer noch, aber heute trägt man sie beim Gemeindeschnalzen aus. Es gibt für die Passen keinen größeren Stolz, als den Gemeindesieger zu stellen. So sorgt das Appaschnalzen nicht nur für den fruchtbaren Boden, sondern vor allem für den Zusammenhalt einer vielschichtigen Gemeinde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Familienbetrieb Hotel Restaurant Laschenskihof in Wals bei Salzburg. www.laschenskihof.at